Hallo und herzlich willkommen hier bei Krolop und Gerst. Wir sind hier wieder eingeschlossen in unserem kleinen Studio, können nicht vor die Türe, aber es bleibt eben viel Zeit und viel, viel, viel dumme Gedanken für ausführliche YouTube-Videos. Und heute werden wir uns MFT vorknüpfen. MFT, ich weiß, Pimmelsendürchen, haben eh nichts drauf, kann man keine tollen Fotos machen, bla bla bla. Wer das denkt, der soll jetzt einfach abschalten. Für alle, die offen und objektiv und sehr neutral über die Sache nachdenken, für die gibt es dieses Video. Denn es geht um das 25mm Objektiv und sag mal, hier kommen die ganze Zeit irgendwelche Nachrichten rein. Es tut mir leid, ich hätte es vorher vergessen ausmachen sollen. Also, es geht um das 25mm Objektiv. Wir hatten da schon ein Video, wir haben einmal getestet, 25mm Objektiv, was ist das Beste für MFT und haben dann direkt die Hucke voll bekommen, sprichwörtlich in den Komment... Okay, so schlimm war es nicht, aber wir haben dann einen oder anderen kritischen Kommentar bekommen, dass wir doch ein oder zwei Objektive nicht mit in die Auswahl genommen haben. Damals hatten wir alles getestet, was wir Cro-Lob-Gers selber besitzen. Und wir haben eben nicht getestet, was wir nicht haben. Und das wurde uns so ein bisschen in den Kommentaren zum Verhängnis. Und jetzt haben wir das geändert. Wir haben uns einfach die Sachen nachgeholt und gekauft, die wir eben nicht hatten. Und jetzt gibt es den Extended 25mm Test. Wir lassen das alte Video weiterhin online, aber hier, diese Version, werden wir etwas verkürzt. Nochmal ein Wrap-Up machen. Ach, neudeutsche, englische Sprichwörter sind doch toll. Eine zusammenfassende Wiederholung. Und zwar, welche Objektive kommen dazu? Das Olympus Pro 1.2 und das Nocton von Vogtländer. Also, insgesamt haben wir folgende Objektive. Das Olympus M Suico 25mm f1.2 Pro, das Olympus 25mm f1.8, das Lumix 25mm f1.4 Mark I, das Lumix 25mm f1.4 Mark II, das Vogtländer Nocton 25mm f0.95, das Zongi Speedmaster 25mm f0.95, das Lumix 25mm f1.7 und das Sigma 30mm f1.4. Ja, ich weiß, das ist keine 25, aber die Erklärung, warum das eben mit dabei ist, die hatten wir schon im ersten Video geliefert. Wenn wir uns das Ganze in der Preisübersicht angucken, dann sehen wir schon, dass wir eigentlich eine sehr, sehr, sehr krasse Aufteilung haben. Das günstigste Objektiv geht bei 152 Euro los. Preise Amazon und Foto Air hat, Stand 19.03. Geht dann über einen 300-Euro-Bereich mit Olympus und Sigma, geht dann langsam auf den 400-Euro-Bereich zu Lumix und Zongi und nimmt dann schnell Fahrt auf mit Lumix, Foodländer und Olympus. Das heißt, eine richtig schöne Verteilung von 150 Euro bis 1050 Euro. Das ist ein Faktor von 8. Das ist krass. Oder 9 sogar. Aber, also, das ist echt verrückt. Das heißt, alle müssen gegeneinander bestehen. Und dann gucken wir uns erstmal die Basic Facts an. Wir haben hier aufgeschrieben, welche Größen und eben welche Linsenanordnungen die jeweiligen Objektive haben. Was wir hier deutlich sehen, auch hier wieder eine sehr große Staffelung. Ich meine, von der Größe können wir auch gerne mal hier auf den Drehtäler gucken. Da geht es natürlich hier los. Irgendwo beim, Moment, das muss man andersrum machen. So, also es geht hier irgendwo beim Olympus los. Zongi, dann kommen die Laikas, dann kommt hier auch das Sigma mit rein irgendwo. Und dann gibt es hier das Nocturne und dann dieser Trümmer am Ende. Der ist der Olympus-Trümmer. Das heißt also, die Entscheiden sich schon sehr deutlich in der Größe. Und alles sind 25 mm Objektive. Das liegt übrigens auch mit an der Tatsache, dass manche Objektive symmetrisch sind und manche asymmetrisch. Also ein gutes Beispiel für ein asymmetrisches Objektiv ist das hier. Die Brennweite von 25 mm im Objektiv. Die würde ermöglichen, dass das Objektiv bei einer symmetrischen Bauweise eben auch nur um die 25 mm herum groß wäre. Das hier ist aber fast schon 8, 9 cm. Moment, das sind 9 cm in der Länge. Und das würde bedeuten, 25 mm in 9 cm bauen ist eben ein asymmetrischer Aufbau, kein symmetrischer Aufbau. Linsen und Gruppen kosten Geld. Und das sieht man deutlich, das Olympus, das ist das teuerste Objektiv, hat auch mit die meisten Linsen. Alle anderen sind ungefähr bei 9, 8 Linsen. Das heißt also 9 in 7, 9 in 7, 9 in 7, 8 in 7, 9 in 7. Ja, so ein bisschen die Songis und die F095er, die stechen wieder ein bisschen heraus mit etwas mehr Linsen. Aber eigentlich gibt es drei verschiedene Konzepte. Es gibt im Endeffekt den Supreme Aufbau hier. Dann gibt es eigentlich die hier. Die arbeiten mit so 9 Linsen. Hier sind es 19 und das ist eben hier durch die F095 wahrscheinlich eine Besonderheit mit 11 Linsen. Also schon interessant in der Hinsicht. Alle relativ ähnlich, bis auf diese Ausnahmeobjektive. Kommen wir zur Verarbeitung und zum Material und zur Haptik. Man muss grundsätzlich schon sagen, das Olympus Pro ist mit am besten verarbeitet. Nachfolgend mithalten können eigentlich nur das Vogtländer, also das hier, das Nocturne. Das ist noch extrem schön verarbeitet und meiner Meinung nach auch das neue 25 Mark II. Das ist auch einfach richtig schön, auch Spritzwasser und Regen abgedichtet. Also das hier, die Mark II Variante, die ist wirklich, wirklich toll. Das Nocturne, das Olympus Pro und das Lumix Mark II, das sind so die hochwertigsten verarbeiteten Objektive. Der Rest ist meiner Meinung nach eben nicht so gut verarbeitet. Wir haben das hier in unserer Übersicht auch so ein bisschen eingeteilt zwischen hochwertig, gut und mittelmäßig. Am schlechtesten verarbeiten, muss man einfach sagen, ist das Zonghi Speedmaster. Obwohl der Preis bei fast 600 Euro liegt, ist das einfach nicht richtig schön verarbeitet. Kommen wir zum Gewicht. Da sticht ein Objektiv heraus, das Lumix F1.7. Das ist 125 Gramm schwer. Wo ist es denn hier? Das ist hier. Also das ist 100 Gramm. Das fühlt sich echt so an, als ob man nichts in der Hand hätte. Also das ist unglaublich wenig. Alle anderen Objektive, ach ne, das Olympus F1.8 ist ähnlich, aber alle anderen Objektive sind dann schon deutlich unterschieden. Und wir haben wieder die beiden Schwergewichte, Olympus F1.2 und Nocturne. Das sind die Objektive, die eben richtig, richtig Krawall machen auf der Waage. So, die Naheitschickgrenze, auch relativ ähnlich, aber auch hier stößt das Nocturne so ein bisschen heraus. Mit 150 mm Naheitschickgrenze und das Ganze bei 0,95er Blende. Und das gibt wirklich unglaubliche Bilder. Wir können hier gerne nochmal ein oder zwei einblenden. Einfach im Garten, mehr können wir gerade nicht machen, außer in den Garten rausgehen. Aber das ist einfach eine total verrückte Sache. Also 0,95 mit einer Naheitschickgrenze, die teilweise die Hälfte ist. Also der Abbildungsmaßstab verdoppelt sich dadurch. Das ist schon deutlich. Also alle hier, alle eigentlich, haben 250 bis 300. Und das hier hat 150 mm. Das ist schon richtig, richtig, richtig verrückt. Und dabei noch die Blende 0,95. Puhi. Weiter geht's. Knöpfe, Räder. Ja, eigentlich kann man dazu nichts sagen, außer, dass halt das Pro-Objektiv das einzige Objektiv ist mit einem Funktionsknopf. Ja, da hat die noch einen Knopf am Objektiv. Finde ich sehr schön, weil man natürlich, die Hand, die am Objektiv liegt beim Fotografieren, die hat eigentlich freie Finger. Und die kann natürlich auch zum Bedienen von Knöpfen benutzt werden. Alle anderen haben nur Normalfokus, beziehungsweise die manuellen Objektive haben eben noch das Blendenrad. Autofokus, da nehmen wir natürlich die manuellen Objektive raus, also das Nocton und das Speedmaster. Der Autofokus ist sehr, sehr, sehr ähnlich. Ich würde jetzt, und wir haben viel getestet, ich würde jetzt an dieser Stelle einfach nicht sagen können, das eine Objektiv schneller ist als das andere oder treffsicherer als das andere. Mag vielleicht auch daran liegen, dass MFT durch den kleineren Sensor eh nicht so schärfekritisch ist, wie eine Volkmart-Kamera zum Beispiel. Aber wirklich klipp und klare Aussage. Ich könnte jetzt nicht sagen, dass ein Objektiv ein zehnfaches schneller ist und dass es spürbar bessere Ergebnisse gibt mit irgendeinem Objektiv. Also selbst das teure Pro Olympus-Pro-Objektiv hat sich nicht so herausgestellt, dass man sagte, wow, da im Autofokus sieht man aber einen Unterschied. Eine Sache kann man aber dazu sagen, und zwar die Schrittweite beim Olympus-Objektiv. Also hier beim Olympus-Pro-Objektiv. Wir haben das fotografiert und haben es natürlich auch in den Nahbereich gesetzt. Und wenn man dann hier diese Fokus-Klatsch, wenn man die in den manuellen Fokus geht und dann in den Nahbereich geht, dann erkennt man einen Effekt des Fly-by-Wires, also der digitalen Steuerung. Diese Objektive sind ja nicht mehr so, dass sich das Rad hier dreht und dann über ein Zahnrad die Objektive verschoben werden, sondern das ist ja schon so, dass ein Computer dann eben den Motor sagt, gehe einen Schritt nach vorne. Das ist so ein Stepper-Motor, also der hat Schritte drin. Und was man hier deutlich merkt, das ist das einzige Objektiv im Test, wo man das merkt, das ist sehr komisch, man hat im Nahbereich, merkt man schon, wie so dieses Objektiv, obwohl man fließend ganz zarte Bewegungen macht, so Sprünge drin hat, diese Schritte. Das ist sehr unangenehm und sehr auffällig beim Olympus-Pro, dass sie hier extrem große Schritte gewählt haben. Ist uns bei keinem anderen Objektiv in der Hinsicht aufgefallen, aber wie gesagt, es ist ein Beispiel dafür, wie moderne Objektive, die eben über einen Mikrosensor gesteuert werden, eben einen Effekt erzeugen, oftmals im Autofokussieren im manuellen Modus. Im Fokussieren im manuellen Modus. So, Autofokussieren im manuellen Modus macht ja keinen Sinn. Kommen wir zur optischen Qualität. Die optische Qualität ist das, worum viele Fotografen natürlich auch dieses Video angucken. Es geht vielen Leuten nicht so sehr um irgendwelche Side-Effects wie die optische Qualität. Man möchte ja das schärfste Bild haben überhaupt. Ob das jetzt so sinnvoll ist, das lassen wir an der Stelle einfach mal dahingestellt. Ich bin ja der Meinung, ein gutes Bild ist nicht immer das allerschärfste Bild. Aber trotzdem, man möchte natürlich schon eine Linse haben, was in der Lage ist oder welche in der Lage ist, die Leistung auch zu geben und zu nehmen und zu liefern, die man braucht. Wir haben uns die Bildschärfe angeguckt und jetzt ist es ein bisschen schwierig. Wir haben ja acht Objektive. Wir können nicht von acht Objektiven jeden Rand. Also, wir gucken uns mal so ein paar ausschlaggebende Elemente an und fangen an mit der Bildmitte. Offenste Blende bei allen Objektiven bei 100% Ansicht. Und wenn wir jetzt hier das Ganze sehen, dann stechen eigentlich im Endeffekt drei Objektive raus. Also, vielleicht auch schön, wenn man das Ganze so aus der Entfernung sieht. Olympus F1.2, ganz klar. Lumix 1.7, boah, krass. Und das Leica F1.4 Mark II. Wo man einfach generell sieht, dass die nicht abliefern, ist das Nocturne, das Speedmaster und das Leica Mark I. Olympus 1.8 ist solide. Sigma 1.4 ist eigentlich auch noch gut. Aber ich würde trotzdem sagen, es hinkt so ein bisschen hinter diesen drei oberen hinterher. Also, schon eine kleine Vorwegauswahl. Ja, das Objektiv Olympus 1.2 Pro, was wir beim letzten Test nicht drin hatten, das spielt schon oben in der Liga mit. Ganz klipp und klar. Ja, richtig, dass wir dieses Video hier machen. Gucken wir uns an die Bildmitte. Und zwar, offene Blende, 100% der besten drei, die ich ja gerade gesagt hatte. Olympus F1.2, Leica Mark II und Lumix. Also, das sind beides Leica, Panasonic. Das ist ja das Gleiche. Das ist dieses Lumix, Leica, F1.2, Mark II. Das Neue. Ich finde erstaunlich, das Lumix gewinnt. Also, das 1.7er. Das 1.7er. Ich würde sagen, Olympus ist danach Leica als letztes. Also, das Leica F1.2 Mark II ist ein bisschen schlechter als das Olympus Pro. Gucken wir uns mal Blende 4 an bei allen. Boah, kein Unterschied. Gut, Speedmaster ist das Schlechteste, glaube ich. Kein Unterschied zu sehen. Abgeblendet. Abgeblendet. Krass. F4 abgeblendet. Kein Unterschied mehr. Gucken wir uns mal den Bildrand bei offener Blende an. Huiuiuiuiuiui. Da wird sehr viel Matsch hier dargestellt. Wer sich jetzt fragt, warum das Ganze immer so ein bisschen verschoben ist, ist relativ einfach erklärt. Das kann man auch mal nachprobieren. Wir haben natürlich die Kamera so eingestellt, dass sie sich nicht verändert hat bei den 25 mm bis auf beim Sigma. Den haben wir absichtlich immer als letztes getestet. Dann haben wir das Objektiv immer so ein bisschen zurückgefahren mit der Kamera wegen den 30 mm. Aber durch das Fokussieren, breathen, also atmen die Objektive manchmal und verändern leicht ihre Brennweite. Und deswegen verändert sich auch die leichte Positionierung. Also warum jetzt zum Beispiel das Olympus 1.8 so ein bisschen weit nach unten hängt, hat in dem Fall was zu tun, dass es sich sehr stark verändert hat beim Fokussieren. Ist aber ein normaler Effekt bei Objektiven. Wir haben hier wirklich den äußersten Rand genommen. Krass, wie das Nocturne und Speedmaster eben schlierig wird. Das ist Nocturne ganz besonders. Also das Foktländer, das ist richtig schlierig. Olympus, Lumix, Leica und Sigma. Also die vier stechen schon hervor. Die vier stechen schon hervor. Wir gucken uns nochmal die drei an. Also ich finde hier die Schrift, also hier die Schrift, finde ich schon beim Lumix einfach am lesbarsten. Danach kommt das Leica und dann kommt leider erst das Lumix, äh, das Olympus. Ist aber auch wieder relativ normal. Wahrscheinlich ist das Olympus durch die Blende 1.2 am Rand eben einfach zwangsweise ein bisschen schlechter, weil die Konstruktion 1.2 bedingt eben sehr extrem ist. Also das Lumix ist wirklich, das Lumix ist der Knaller. Das ist, äh, das ist eine Hausnummer. Bildrand, F4. Ja, also, das fällt raus. Die beiden meiner Meinung nach sowieso. Das auch. Eigentlich machen es wieder sozusagen die vier. Und da das jetzt hier kein klassisches, äh, 25 Millimeter ist. Es ist immer die gleiche Dreiauswahl. Damit gehen wir mal weiter zum Thema Freistellung. Denn es ist ja folgendermaßen, wir haben hier sehr unterschiedliche Objektive und Objektive haben immer eine gewisse Ausrichtung. Es gibt günstige Objektive, kleine Objektive, leichte Objektive, freistellende Objektive, scharfe Objektive. Es gibt nie so diese eierlegende Wollmichsau. Und Freistellung ist meiner Meinung nach, jetzt kommen wir eben sehr grob gerstig daher, Freistellung ist was Geiles. Ich fotografiere absichtlich nicht mit Handy und selbst diese digitale Unschärfe im Handy gefällt mir nicht. Ich finde Freistellung sehr, sehr, sehr wichtig. Und wenn wir uns jetzt mal die Freistellung angucken und mal ganz neutral angucken, wir haben einfach mal das Nocton genommen, also das hier, das ist dieses Vogtländer für MFT und haben einfach mal die Blendenreihen durchgemacht, die wir hier so grundsätzlich in Anspruch nehmen. F 0,9,5 F 1,2 1,4 1,8 2,0 und 2,5 und man sieht jetzt hier schon, dass der pure Unterschied im Bokeh phänomenal enorm ist. Also wer jetzt zum Beispiel mit einem 2,8 Objektiv und MFT fotografiert, der kriegt diese Freistellungen ja alle nicht hin. Also 2,8 wäre ja erst danach kommend. Wir können mal angucken, eine 0,9,5 Blende und der Unterschied zu 1,2 Moment ist schon sichtbar, aber gar nicht so krass. 1,4 zu 1,2 ist das gleiche. Man sieht einen Unterschied, aber es ist nicht so krass. 1,4 zu 1,8 auch hier sieht man einen Unterschied. Er wird schon stärker langsam. 2,0 2,5 und jetzt ist es interessant, jeder kleine Schritt, der war wirklich nur klein und für uns, ja okay, wahrnehmbar, aber ist jetzt nicht so krass, aber wenn wir zurückgehen auf 0,9,5 und jetzt einfach mal 0,9,5 gegen 2,5 vergleichen, dann sehen wir einen radikalen Unterschied. Das ist einfach schon ein Unterschied, was für ein Objektiv ich hier ansetze und das darf man bei dieser ganzen Vergleicherei eben nicht vergessen. Kommen wir hier nochmal zu einer Übersicht und zwar das ist die Übersicht, die zeigt, was sind die maximalen Freistellungen der jeweiligen Objektive und besonders interessant ist sicherlich an der Stelle, dass wir ja uns drei Objektive besonders häufig angeguckt haben, das waren ja die hier. Also das Olympus 1,2 Pro, das Leica Mark II und das Lumix und was wir hier deutlich sehen ist, dass natürlich schon das Olympus die schönste Freistellung hat, gefolgt vom Leica, gefolgt vom Lumix. Also das Lumix hat vielleicht die Schärfersachen gewonnen, aber das Olympus und die Leica Linse gewinnt eben das Bokeh und ich finde schon deutlich, dass das Lumix bei 1,7 unruhiger ist und nicht so schön homogen freistellt wie das Olympus bei 1,2 oder das Leica. Das ist halt einfach so eine Sache, die darf man nicht vergessen. Noch weitere Tests haben wir natürlich auch gemacht, chromatische Aberrationen. Wenn einen jetzt ganz kurz so ein ganz krasses Lila anstrahlt, dann kommt das natürlich von diesen 0,95 Objektiven. Die sind einfach nicht anders zu konstruieren. Das ist normal. Das sind so verrückte Linsen, das sind so verrückte Konstruktionen, das geht nicht anders. Was man auch hier wieder sieht, eigentlich alle haben CAs. Das Olympus mit wahrscheinlich am wenigsten und zusammen mit dem Leica am wenigsten. Also ich würde sagen, klipp und klar gewinnen hier wieder die drei beziehungsweise vier, die wir vorher schon wussten. Also Olympus, Leica, Lumix. Das sind die drei, die am wenigsten machen. Wir haben das Ganze auch nochmal weitergebracht und haben nochmal bei 1,8 alles getestet. Also mal einen Vergleich gemacht, alle bei 1,8, weil sie uns einfach interessiert haben, wie sich das verhält. Und siehe da, interessant, der Nocturne und Speedmaster lila Glow, den wir gerade hatten, also diese lila Party, die ist weg. Also Nocturne fast gar keine CAs mehr. Nocturne hat weniger CAs als Lumix, als Sigma, als Leica. Also, ich rede gerade von den beiden hier unten, die schlagen den, den, den und sogar den. Also, überhaupt die Objektive, die mithalten können, sind Leica und Olympus. Interessant. Abblenden und schon wird aus dieser Party, aus der lila Party, gar keine Party mehr. Kommen wir zur Vignette. Auch hier sehen wir deutlich, es gibt Vignette, aber generell nur bei offenster, bei offenster Leistung. Es ist super schwierig, acht Objektive zu vergleichen in ihren Vignettierungen. Eigentlich kann man das Ganze zusammenfassen. Wir hatten sie auch beim letzten Mal schon ein bisschen ausführlicher angesprochen. Alle Objektive Vignettieren in ihrer offensten Blende. Je offenster die offenste Blende ist, umso stärker ist die Vignettierung. Also beim Blende 1, 2 Objektiv beim Olympus ist die Vignettierung stärker als beim Blende 1, 7 Objektiv beim Lumix zum Beispiel. Generell ist es so, nach zwei, drei Klicks ist die Haupt-Vignettierung weg und dann folgen eigentlich nur noch so kleinere Schritte, wo dann die Vignettierung nicht wirklich mehr sichtbar ist, aber wo sich immer noch ein bisschen was am Bild tut. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel 1,4er habe, Objektiv, ich gehe auf 1,8, ist fast alles weg, bei 2,0, ab 2,0 verändert sich de facto gar nichts mehr. Die Objektive Vignettieren allesamt. Ich würde sagen, keins besser als das andere und keins schlechter als das andere. Nächster Punkt, wir wollen das Video nicht zu lang werden lassen, es ist ja schon die Extended Version, ist die Verzerrung. Verzerrung ist bei Olympus und Panasonic eh ein bisschen fies, weil die sehr viel korrigieren und sehr viel Schmut reiben und wie zu erwarten, gerade Linien, gerade Linien, gerade Linien, gerade Linien, oh, keine gerade Linie. Ja, ich vergleiche mal das letzte, Nocturne vs. Leica und Speedmaster hat die gleiche Verzerrung wie es Nocturne und Olympus schon wieder keine Verzerrung. Also, Olympus und Panasonic, beide Marken nutzen ihre internen Korrekturen für die jeweiligen Objektive und zwar auch die vom jeweiligen MFT-Partner, also Olympus für Panasonic und Panasonic für Olympus und korrigieren, was der Teufel kaum raus macht. Aber, wenn man kein Objektiv erkennt und Achtung, die Speedmaster und Nocturne, beide Objektive, geben keine EXIF-Daten an. Das heißt, wenn man die RAW-Daten aufmacht, dann sieht man nicht, mit welchem Objektiv man fotografiert hat und schon sieht man Verzerrung bei beiden Objektiven. Beim Speedmaster, beim Nocturne, aber nicht beim Leica und nicht beim Olympus. Also, total krass. ein Schellen, wer Böses denkt, aber es ist wahr. Da wird geschummelt und gepfeilt. Also, das kann man wirklich nicht vergleichen. Ich denke, alle wirketieren so, wie im Endeffekt, das zum Beispiel auch beim Nocturne der Fall ist. Das Nocturne ist ein wirklich tolles Objektiv mit toller optischer Qualität. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da ein Objektiv für 150 Euro plötzlich einfach gar nicht verzerrt. Nee. Flaring und Ghosting. Auch eine Sache, die wichtig ist, gerade für 25 mm, wenn man Portraits fotografiert und man hat einen Sonnenuntergang und man möchte so einen richtig schönen warmen Touch mit richtig schönem Flaring und Ghosting, was ich ja liebe, was wahrscheinlich die Entwickler, die solche Objektive machen, hassen. Aber ja, das ist jetzt drauf gucken, entscheiden. Die Ferne fokussiert, nachfokussiert. Also man sieht, auch die Anzahl Blendendamellen beim Olympus Pro sind natürlich sehr, sehr, sehr weit vorne. Man sieht, Speedmaster, was ist das? Raumschiff, Angriff der Tentakel, Killer-Raumschiffe. Was ich finde ist, das kann man vielleicht auch nochmal kurz hier schön sagen, was immer sehr interessant ist, ist die Tatsache, wie diese Flares sich halten. ich habe zum Beispiel hier so vier, die Magenta sind und die dazwischen, ich kann es vielleicht mal reinzeichnen, also das hier ist so Magenta, 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 Magenta und dazwischen ist es grünlich. Das sind sozusagen die CA-Farben, die sich hier wiederfinden. Also das ist sehr interessant, mache ich es dann doch mal rein, ich mache es ja gleich wieder weg, dann kann man es mal in Ruhe angucken. Also das ist fast so ein Ritterkreuz, erster Orden, das ist schon, oder war das ein Kaiserorden oder sonst was? Man sieht es hier deutlich, haben aber fast alle drin. Finde ich krass. Also beim Sigma sieht man es deutlich, beim Leica, also bei allen, bei allen. Finde ich nicht so schön. So grün, grün, Magenta gewürfelt. Gucken wir uns Bokeh an, auch wieder sehr interessant. Beim Bokeh ist es interessant, weil man da noch mal die CA sieht. Also man kann am Bokeh auch CA's erkennen. Interessant ist zum Beispiel, dass hier beim Leica einmal grün CA und dann auf der anderen Seite kein grün CA ist. Hier zum Beispiel ist diese Halbierung nicht der Fall, sondern ich habe hier eigentlich komplett drumherum grün. Hier ist wieder die Halbierung da, hier ist die Halbierung da, hier ist komplett bläulich und jetzt kommt's. Diese drei Objektive, also eins, zwei, drei, die haben einen super krassen Effekt und zwar, die kriegen hier so eine... Was soll das denn? Also das finde ich mega hässlich. Also ich mache gerne nochmal diese Kritzelei weg, dann sieht man es deutlicher. Das sieht ja aus wie so ein... Keine Ahnung. Übrigens, diese Punkte, die hier drin sind, das sind oftmals einfach irgendwelche Einschlüsse, irgendwelche Staub, irgendwas, was im Objektiv drin ist. hat man eigentlich bei jedem Objektiv, sobald man es auspackt. Also das ist normal. Wobei man sagen muss, es sind auch teilweise 800% Ansichten hier. Also wir haben ja nicht irgendwie ein Bild gemacht und das sieht man so, sondern normalerweise sieht man das never ever. Ja, aber komischer Effekt, also dass beim Olympus, Nocturne und Speedmaster, dass sie so so einen Beschnitt haben. Gucken wir uns mal das Bokeh am Rand an. Auch hier sieht man wieder deutlich, beim Olympus, beim Nocturne und beim Speedmaster sieht man dieses oben-unten Dunkelwerden. Man sieht beim Olympus und beim Sigma und beim Lumix und beim Leica so ein bisschen dieses auf der einen Seite eine andere Farbe als auf der anderen Seite. Eigentlich finde ich ehrlich gesagt so das Leica oben rechts, das finde ich am homogensten. Ist jetzt aber auch nicht irgendwie schön geformt. Also das ist so, also was ist denn das hier für eine Form beim Leica? Das ist so wie so ein Brotkorb irgendwie. Das kann man ja noch Zitrone nennen. Das ist hier auch so, also das ist hier irgendwie so, das ist sehr schön formig, das ist eine Zitrone, das ist eine Zitrone und das ist auch wieder so eine asymmetrische Zitrone. Komisch. Hm, nicht sehr schön. Alles nicht sehr schön. Bis auf Olympus, Speedmaster, Nocturne. Sterne? Hey. Wer so weit abblendet, nicht du. Ich hasse es über Sterne zu reden. Ich hasse diese Videos, wo ich über Sterne reden muss. Ich fotografiere sowas nicht. Ich finde sowas nicht mal schön. Nocturne, Leica gewinnt bei mir. Diese asymmetrischen mag ich nicht. Boah. Also, da will ich kein Urteil mir drüber bilden. Kommen wir zum Fazit. Das Video ist ja langsam lang genug. Also, beim Fazit wichtig, da kommt jetzt auch noch mal sehr viel subjektive Meinung mit rein. Bedeutet also, da werde ich auch ein bisschen was von meiner Meinung mit reinbringen und deswegen sollte man eigentlich kurz mal die Subjektivitätswarnung anschalten. Wir haben uns Gedanken gemacht und haben auch noch mal hier eine kleine Übersicht geschrieben über die jeweiligen Objektive. Das Olympus Pro Objektiv, das, was wir ja beim letzten Test nicht drin hatten, das ist so ein bisschen das Pareto-Prinzip-Objektiv. Pareto, 80-20-Regel, da zahlt man halt einen extremen Preis, 1050 Euro und bekommt schon ein klasse Objektiv, aber es ist halt auch nur so ein bisschen besser. Und dann ist die Frage, ist es wirklich besser in allen Situationen? Also, da gab es ja auch Sachen, wo es nicht wirklich besser war und nicht schöner war. Das Lumix, 25,1,4 Mark II, finde ich jetzt eher so, dass der Preis ist jetzt nicht niedrig, aber es ist eigentlich ein Objektiv, was rundum passt. Die Vogtländer Nocturne-Sache, da bekommt man halt kein scharfes Objektiv, aber man bekommt eben so den Bokehschisten und Retro-Vibes, haben wir dazu geschießt. Das ist ein geiles Bokehschisten. Retro-Vibes. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Begründung. Es ist halt ein anderes Fotografieren. Also man hat hier wirklich auch diese Blenden, die ist schön... Das ist jetzt so ein bisschen ASMR, ne? Moment, wo ist mein Objektiv? Es ist schon schön verbaut. Es ist Metall. Es ist richtig... Es ist so ein richtig... Es ist so ein richtiges Retro-Feeling vom Objektiv. Also es ist ein tolles Objektiv und toll zum Fotografieren. Es hat eine tolle Freistellung, ein tollen Makro. Aber scharf ist es nicht. Preis-Leistungs-Champ ist ehrlich gesagt das Lumix. Man kann es so wahrscheinlich vom Tisch pusten. 25 mm 1,7. Ich weiß gar nicht, ob da Glas drin ist oder ob die da Plastiklinsen benutzt haben. Aber es ist von der Schärfe her 152 Euro. Also wenn es irgendjemanden gibt auf der Welt, der eine MFT-Kamera hat, aber nicht dieses Objektiv. Dumm. Mehr sage ich dazu nicht. Und der Portrait Underdog ist ehrlich gesagt das Sigma. Also das Sigma, was hier ist, das ist wirklich... 30 mm ist jetzt kein 25er mehr. Das ist wirklich im effektiven 10 mm Äquivalent. Das ist nicht wirklich so gebrauchlich wie die normalen regulären 25 mm Objektive. In vielen Situationen wird es einfach zu telig sein. Also das wird man merken, wenn man zum Beispiel so einen Immer drauf sucht, dann ist es einfach zu telig schon. Aber es ist einfach ein geiles Objektiv, geile Qualität. und die Freistellung beziehungsweise dieser Look, der durch die 60 mm Äquivalent entsteht, der ist einfach toll. Drei Objektive, meiner Meinung nach, haben es nicht wirklich verdient, in den positiven Bereich zu kommen. Also um das auch hier kurz zu sagen, das ist sozusagen die Empfehlung-Variante. Das, was jetzt hier unten kommt, das ist so die No-Go-Variante. Beim Olympus 25 mm 1.8 würde ich sagen, wenn wir hier in der Schule wären, würde ich hinschreiben, das Zeugnis war stets bemüht. Das Zonghi Speedmaster, das ist einfach eine wahnsinnig grottige Verarbeitung. Hier ist alles irgendwie, also es ist alles irgendwie, das hat halt kein Hand und Fuß, aber es macht Bilder und es stellt frei. Und zwar für einen Preis, der jetzt auch nicht günstig ist, aber okay. Und ja, das Lumix 25 mm 1.4 Mark I, das wurde eben durch das Mark II, der Nachfolger, meiner Meinung nach ein bisschen sinnlos. Also wer sich jetzt das Mark I noch holt, das, ne, würde ich nicht mehr vorschlagen. Also das ist einfach, das ist durch. So, jetzt hoffentlich, haben wir ein Video geliefert, wo keiner mehr dazu schreiben kann, aber hättet ihr doch mal das Objektiv angeguckt. Alle, die geschrieben haben, ja, das Olympus, das ist aber das Beste, so einfach ist es nicht in der Fotografie. Das Olympus Pro ist ein schönes Objektiv, das Vogtländer ist ein schönes Objektiv, aber das sind alles andere Ausrichtungen. Nochmals, Olympus Pro, extrem Objektiv, meiner Meinung nach der beste Kompromiss, das Lumix Mark II. Bokeh Schisten und Retro Vibes kommen mit dem Vogtländer auf die ihre Kosten. Das absolute, der absolute Burner Objektiv, das 25 mm 1.7 von, Lumix, das ist 152 Euro, das kann man nicht schlagen und das Sigma ist eben ganz besonders cool für diejenigen, die so ein bisschen porträgiger unterwegs sind. Damit sage ich Tschüss, viel Spaß beim Fotografieren. Nicht vergessen, YouTube ist nicht alles, es ist wichtig Fotos mitzumachen und auch wenn wir gerade vielleicht nicht so durch die Gegend rennen können und überall hinreisen können, wo wir wollen, es wird auch wieder Zeiten geben, wo wir das dürfen. In diesem Sinne, viel Spaß beim Fotografieren. Ich sage nicht, mach tolle Fotos, sondern ich sage, bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 S customers. Ent voted. Bis zum nächsten Mal.